Hallo, hier ist wieder der Lutz. In diesem Video beschäftigen wir uns mit den sekundären Pflanzenstoffen, auch Biostoffe genannt. Biostoffe sind vor allem die Stoffe in unseren Pflanzen, die für die Farbe, Geruch, Geschmack, für das pflanzliche Immunsystem und für die Wachstumsregulierung verantwortlich sind. Diese Stoffe spielen auch für unsere Körperfunktion eine außerordentlich positive Rolle. Biostoffe sind auch zur Bekämpfung von freien Radikalen sehr gut geeignet. Teilweise übertreffen sie dabei Vitamine um ein Vielfaches. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Probiere es am besten zu sprechen. Probiere es am besten an die Mohammed-Tutor. Probiere es am besten. Probiere es um mitode an die coffee in der Kampfer-Technikau, aber es geht nicht weiter. Tests überprüfen sich um die Kampfer-Technikau. Probiere es am besten zu Ihnen, dass du deinem 사용er eшь ein Knowing-Dobody zu können. Probiere es am besten an die großen Aufwand zu machen. Probiere es am besten zu werden. Probiere Siewerte es am besten.